Grüezi Servus und da bin ich wieder. Es geht weiter mit dem Brutal Guide für für die Mission der Hardest-Ressort-Kommagne. Ich habe heute jetzt ein wenig schon ein bisschen geladert einspielen mit Nacht oder Turn-Two oder noch drei One-on-One-Games bin schon etwas aufgekratzt läuft schon ein bisschen besser als gestern So, genau. Worum geht's? Wir haben hier die gute alte Sarah mit ihren Fleischpeitschen. Das ist kein Porno-Titel, könnte auch ein Titel von Porno-Filmen sein Sarah und ihre Fleischpeitschen ist es leider nicht Ich habe die Karte jetzt zuletzt etwa 50 Mal gespielt weil ich einen Erfolg gemacht habe und da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich ihn hatte So, ba-bum-ba, da sammeln wir ein bisschen Gratis-Ressourcen ein So, sieht es aus! Ja Verkrochen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ist okay Ah, fuck man, nun steht nicht optimal Ja, Fumarines So, easy defended So, hier mal direkt eine Queen, wir brauchen ein bisschen Creepstreet auf der Karte Wobei, nee, warte mal, zuerst erst mal den scheiß Armour-Upgrade Denn ich brauche nachher Ich brauche Upgrades und hier frühe ich die Hardwest und jetzt ist es und ich habe nicht so gefreben, Garsten kam Ich kann sie aus Drohnen mutieren Ja Ganz schlau Sarah So Ja, wir sind am Arbeiten alle, so muss es sein Ich schicke jetzt mal die Sarah in den Tod, beziehungsweise ich gehe vor und zoften ein bisschen die gegnerische Basis an Die wurde sich ein bisschen vor, weil es gibt so einen kleinen Punkt, habe ich herausgefunden, wenn die richtig stehen Äh, wenn die richtig stehen, greifen die Gegner-Marines erst mal, ähm, das Gebäude in der Mitte an Die Stachelkrabbele kriegen praktisch Gratis-Shots Ich wollte sie zwar in den Tod schicken, aber nicht ganz so billig Oh, jetzt warte mal kurz, weil die respawnt ja dann direkt wieder, ne Hä? Hä? Äh, ja, Junge So, mal zur Overlords, weil die brauche ich gleich So, gut, du kannst sie zweimal zaubern Ziel identifiziert Eigentlich muss sie nur durchlaufen Ne, schalte Bunker hier an, als ob der Bunker geplatzt ist So Deine Essenz ist in unserer primären Brutstätte gelagert Wenn du kurz vor dem Tod stehst, wirst du dich zur Brutstätte durchgraben und dich heilen So, was sieht's mal aus Okay, jetzt ist ein bisschen heftiger Push Ich wurzel also den Schwaler hier ein bisschen um Alter Schwede, ey, das ist schon wieder echt knappi Müllen ja einfach mal alles weg Gucken wir da für mich vielleicht zuerst Ach, der Micro-Deer-Scheiße auch noch auf brutal Ist ja brutal Vielleicht ist da bei Sarah da Sarah kann natürlich schon ordentlich aushelfen Indem sie hier mal direkt ein paar Leute 4-D-Bonal rausnimmt Aber Leicht ist es nicht Hallig's aus, ey Herein Viel Spaß So, wunderbar Alles perfekt Ich glaube, ich muss das Spiel unterbrechen Diese Höhle sind noch mehr Zärtlinge, meine Königin So, Junge Wir rücken aus Ja, okay, da kommt der Nächsten Die Liga nähert sich aus dem Norden Rücke vor Wie bitte? Sicher Die Queen sind immer eine nice Geschichte Einfach weil die Weil die halt so schön healen So, einmal Und gleich Ein zweites Mal Und ja, mein Spork-Forder kaputt gemacht Das heißt, da soll ich mir immer gleich was wieder hinstellen So, ich gehe mal hier unten So, ich gehe mal hier unten Die ersten Gratis-Einheiten Ich hoffe, das geht jetzt so ganz gut Ich baue jetzt mal direkt Zwei hin Ja, klar, logisch Auf brutal Oh fuck Also schnell zurück Komm mal in die Wimbele Komm mal in die zurück Oh Gott, ist das ja aber nicht weg Ich gehe mal in die Wimbele Weil erst nicht mehr finden Dass die überhaupt zum Schaden kommen Äh, weshalb sie nicht mehr dazu kommen Schaden zu machen Ja, also auf brutal Ist die ganze Sache hier schon echt nicht so Ich kann Zucker schlägen Guck mal Ich baue mir jetzt mal ein paar neue Drohnen Wie bitte? So, jetzt kannst du erst mal Die Sarah allein vorgehen Ich mache jetzt erst mal Den blöden Fietstein platt Hier wird nicht hochgehoben Du bist geschockt Ich stehe hier unter schwerem Beschuss Ja, dann gehst du nochmal ab Ja, habt verstanden Brücke vor Ungültiger Perfee Hier ist Kerrigan Sicher Mutation Abgeschlossen Kommt aus euren Verstecken Zerglinge Kennst du eure Königin Diese Gratis-Jubladze Mühle ich schon gerne mit Eine größere Zahl an Liga-Truppen Nähert sich den Schwarmcluster Unsere Streitkräfte Werden angegriffen Ich kämpfe natürlich An meinen Spine-Frawlern Und jetzt gibt es hier erstmal Einmal hochheben Ein paar Gratis-Schellen Durch die Frawler Aber die machen halt schon Brutalen Schaden, ey Also meine ganzen Gratis-Ruppen Sind praktisch wieder weg Oh, was zieht da denn Das ist ein Scrawler gekostet Ich hab eh zu wenig Drohnen Hm Alles nicht so einfach hier In dieser Höhle sind noch mehr Zerglinge Eine Königin Das kostet mich denn als Borg-Scrawler? Ich weiß das gar nicht So aus dem Kopf heraus 75 Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch einen Ich brauche jetzt noch mal ein paar Drohnen Abbruch jetzt bin ich jetzt schon mal Eigentlich ganz gut aufgestellt Ich hoffe das mal kommt nicht direkt Die Liegewelle Und mache mal ein bisschen Druck Auf die Gebäude hier vorne Okay, das hat geklappt Okay, dann baue ich mal Okay, da kommt die nächste Einsatzbereit Na, mein Schwunglinge Wobei die jetzt wirklich die Liege Maximum unnötig sind Wenn die damit So viel Feuerbereit Das war okay Sicher So Okay Okay Okay, okay, okay Ja, also momentan gucke ich einfach Dass meine Leute sie überlebe Dass meine Arbeiter einigermaßen arbeiten können Und Ähm Dass die Vorstellungen bald eintreffen Okay, der nächste Rotte kommt von da Man muss halt echt immer die ganzen Spork-Scrawler Umwurzeln Das ist schon Essentiell wichtig Ja, klar Logisch Ein oder da haben wir gefragt Ob sie die Nicht mal alle an der Klatsche haben Ja, die Therode hat sich ruhig tanken Boah Ja, noch nicht mal alle zusammen Ich sammle jetzt hier mal Weniger Gas Und da kommt die nächste Truppe Natürlich Das ist doch lächerlich Wir sollen das schaffen Ich natürlich Sarah ist ja auch gleich da So einfach attacken Attacken Klein Freaks Ah Sanitätschampfer Ich hoffe mal, dass ich Ach, jetzt komm Versuchen wir das nochmal Wie schnell der Aber die Carry Genau geht Wie lächerlich Ist das denn bitte Kommt, die Verstärkung 30 Sekunden Ich versuche mal so lange zu überleben Ach, guck mal, ey Rasten ja völlig aus, ey Zwölf Zehn Mal schauen, dass man hier Wie die Verstärkung kommt Vielleicht schockt die Verstärkung Hier so krass Das ist das, das sogar Das wir die bringen Jetzt kommt die Verstärkung Jetzt kommt die Verstärkung Da kommt die Verstärkung Auch an Terraana Jetzt kommt der Aber Jetzt finde ich ja richtig Dick Unit 10 Also nicht mehr Die Verstärkung hat ausgereicht Um hier richtig zu clear Ist klar Ich hoffe, da kommen jetzt noch mehr In der Unterstützung raus Versuchen wir das nochmal Was ist los? In Bewegung Ja, habt verstanden Wie bitte? Einsatmen Was ist los? Feuer bereit Ich muss jetzt hier mit Gehe voran Roger Jetzt kommen wir jetzt mal Die nächsten Gratis-Units Okay Du hast einen Teil Der Brot gerettet Er schießt euch, meine Kinder Okay Runde zu Das hier ruhig mal Ich halte jetzt mal Ich halte jetzt mal ein bisschen hoch Einsatmen Einsatze bereit Ja, habt verstanden Okay Offenbar muss man das erstmal nur schaffen Diese Oberwelle bis zur Verstärkung Platz zu machen Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger Könnte auch sein, dass wir mich kontrollen Hier ist Carol So Jetzt schauen wir mal Wie bitte? So, liebe Sarah Komm hier raus Immer wieder vorgehen mal So mit dem Zielwelle So ein Dings anzupfen Vielleicht mal Junus rauslocken Noch besser Und drüber herfallen Wieder weg Wieder weg Kein offener Kampf gegen die Spagnus Sicher Wir rücken aus Wir brauchen mehr Mineralien Ich merke, wir gehen jetzt Natürlich aber langt mal Gas aus Ich meine es wieder ein bisschen Jaja, immer wieder hin Weil es eigentlich könnte es hier mal Da oben so Jaja Schon klar Ah, sehr gut Panzer Liebe Sarah Panzerstopp Sarah Gut Und rauf da Immer schön pensionsweise Die Plätten Ja, die Linke ist angestopft Und sie versucht, dass er sie rettet Ja, sonst Geht ihr ratzfatz Gegen die ganzen Hellbets drauf Da wird es schon ordentlich Queens Das heißt, die können In Fällen schon gut hochhealen So Aber nach zwei oder drei Feuerstößen So ein Hellbett Ist halt mal So ein Zerkling-Matsch Das heißt, in jedem Fall Renne ich jetzt vor Dr. Sarah direkt Den darfst du mal Schock hören Okay, da kommt der nächste Da kommt der Panzer Weg, 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 weg Nicht gegen den Panzer Ich muss sie so Stück für Stück Schleifen Wenn der Umform ist Das ist auch okay Natürlich Ja Da guck mal die Queens So den scheiß Hellbett Platt machen So Ich werde mal was da Raushauen, ey Das ist nicht mehr feierlich Ja Ja, bitte Bin am aufnehmen, Markus Was? Ja Scheiß Troll, echt So Ich bin eine Ein-Frau-Arte 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 Was führt dich hoch? Ich hätte ich gemacht, wir haben Woge Und in der WG gleich bezählt werden Sind schon ready to eat Oh, 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 oh Also ihr habt gehört Ich werde jetzt gleich dazu berechnen Und speichern Ich bin eine Ein-Frau-Arte Arr, 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 arr Echt? Eins-Frau-Arte Achso Oh Eier Wir brauchen Eier Soll ich jetzt drunter kommen Essen, oder was? Ich kann schon essen kommen Essen, Junge Ich habe noch zu arbeiten Nämlich entschieden zu beaufsichtigen Musik zu verstellen Ah Hier ist Kerrigan Ja, soll geil dabei Hammer Die Fischgesichte hier Drücke vor Okay Hier wieder nächste Geschichte Bunker anslaufen Bum Bunker weg Hochheben Attacke Verstanden Und Bertha Creep spreaden Wir brauchen mehr Mineralien Ich weiß halt, ich habe gar nicht mehr so viele Ressourcen Also ewig kann ich die Kann ich hier nicht zu kämpfen Ja, hab verstanden Ah, ich kriege später nochmal so einen Schub an Units, aber Alter Sie sind halt oben echt lustig am Produzieren Hm Also das sind jetzt die letzten Krümel, die ich hier praktisch habe Nicht so geil Hm Feuer bereit Sicher Wir rücken aus Es gibt Arbeit Oh Gott, die kommt sich mal zurück Einsatz bereit Roger Sooo Schön, die ganze Flächen, die wir so rausnehmen, weil ich hier eine Masse habe Alter, das kann ich vergessen, da brauche ich ja Bei Sarah Da kann ich mal halten Ah, guck mal, die werden hier weggemüllt Als ob es kein Morgen geht Feuer bereit In Sicht Es gibt Arbeit Wie bitte Ich sehe sie Einsatz bereit Ihr habt es schon Tja, puh Da kommt sich für die Unit nachgestreamt, ähm Ich weiß eigentlich nicht so genau, ich glaube, ich werde jetzt, soll ich sage jetzt direkt Sarah Carrickin hier als Solo machen, oder? Hm Ich bin mir unschließlich Ich bin mir gänzlich unschließlich Ich bin mir gänzlich unschließlich Ich bin mir gänzlich Ich bin wieder da Weil es eben sonst ist, schicke ich jetzt die Grude mal vor Aber guckt mal an, ey, was hier direkt immer ein Juni ist in der Vorkarre, das geht halt auf keine Kuhhaut Wie bitte? Es gibt Arbeit So Einer weg Hi Verstanden Hör zuvor Einsatz bereit Kap ein Ihr Gewege Mineralienfeld Es ist noch nichts So Und jetzt, was mache ich jetzt? Ich will noch eine riesen Rutschlinge holen, aber da hole ich hier oben auch Äh Ich habe auch kein Dings Guckt euch mal, das andere ganze Gebäude sind ja wieder hochgereppt Oder haben gar keinen Schaden bekommen Ich sehe das, was ich dann habe ich mich verletze Also, es geht vor allem jetzt in der Energie si Mit ihr euch lasst, was ich dann geschrieben habe Vielleicht kann ich da was reißen Und ich baue mal vier Queens Oder? Wolle ich vier Queens? Ah, ich weiß nicht Ich bin wieder da Ne, ich baue mal eins, zwei, drei, vier, zwei, sechs, sechs Spock-crawler Vielen Dank. 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 Ah ja. Aha. was auch immer das ist tja eine Zeitung, aber jetzt sind nur ihr das ist doch nur ihr Haustier wir unterbrechen das aktuelle Programm für eine wichtige Sondermeldung der Rebell Jim Rayner wurde gestern während eines waghalsigen Einsatzes verhaftet er wurde verhört und kurz daraus hingerichtet der Empathor sagte folgendes Hahahaha Endlich findet unser Albtraum ein Ende der ruchlose Terrorist James Rayner ist tot mit seinem Tod beginnt eine neue Ära des Friedens die Protoss haben sich zurückgezogen und die Zergbedrohung wurde ausgeschaltet der Schwarm ist zerschlagen und führerlos ja, warten wir jetzt mal ab bald werden wir jeden einzelnen Zerg auf Tja auslöschen kurzum wir haben gewonnen Frieden und Sicherheit sind gewaltig weil ich glaube, dass die Rallye stinkig ist gute Nacht meine treuen Untertanen Navigation Navigation online Ziel liegt ins Hergebiet bestätigen bestätigt Acknowledged und ab dafür So, gleich geht's weiter und jetzt wird das mal gespeichert, bis dahin.